Wir alle haben doch diesen einen Arbeitskollegen, der mir nix, dir nix, neben dir steht und genüsslich in seine Gurke beißt. Wenn dich das stört, wenn du davon wütend, aggressiv wirst, dann kann es sein, dass du an Misophonie, dem Hass auf Geräusche leidest. Ca. 4,2 Millionen Menschen alleine in Deutschland leiden daran. Typischerweise reagierst du nicht nur auf die Schmatzgeräusche deines Arbeitskollegen, sondern auch auf andere Geräusche im Büroalltag. Zum Beispiel, wenn jemand tippt oder mit der Maus klickt.